Wem ist das Opfer in meinen Helden? Weil dann kriegst du nur mit dir die Jungs und in welches Publikum Warum schreib ich meine Texte immer noch selbst? Wie kann es sein, dass mir mein Album schon jetzt ist mir gefährlich? Mein Schulraum Warte, verkrack mal von vorne, mein Schulraum Wem ist aufgefallen, dass das ein Mörderbeat ist? Bitte einmal melden Okay Warum mach ich das große Glück und lieb von der Musik? Warum mach ich das Licht und werde davon depressiv? Warum machen wir Konzerte trotz Gage keinen Spaß? Und wir trotzdem auf Tour mit den Arzt und auf Zauber aus? Warum hasse ich Interviews, aber gebe sie trotzdem? Warum ist mein zweites Album schon in den Top 10? Warum besteht die Tür neben dem Ausdruck nur auf Fahrten? Schlafen und stunden auf der Autobahn zu fahren Sag, warum versucht auf einmal jeder witzig zu sein? Und warum ist das Ergebnis so ein kindlicher Scheiß? Warum neigen Leute meine Facebook-Seite? Nur um unter meinen Post ihre Hates zu schreiben Warum werd ich raus, ich hab von fremden Menschen voll gelabert? Warum fang ich an zu glauben, dass ich nun verfolge und zwar Warum schreibt die Presse in Artikeln die Zitate Über so wie sie sie wollen und nicht so wie ich sie sagte Eigentlich hab ich auch das alles keine Lust Fans, Fame und von allen Seiten Kruck, eigentlich mach mir das Ganze kein Bock Aber immer noch besser als jeder andere Schauschock